Wir befinden uns hier in einer Hofreite aus dem 19. Jahrhundert, die bis zum Jahr 2000 landwirtschaftlich genutzt wurde. Das Besondere hier im Hof zu wohnen ist, dass wir mitten in der Stadt leben und trotzdem ist es ruhig. Die Intention beim Umbau lag darin, das Alte zu erhalten und in eine zeitgemäße Nutzungsform umzuwandeln. Aus dem alten Stall und Lagergebäude sind fünf Wohnungen entstanden, davon vier Maisonett und eine barrierefreie Wohnung. Dort, wo früher der Kuhstall war, ist jetzt ein Yogastudio. Wir sind ganz glücklich, dass wir diesen ungewöhnlichen Ort gefunden haben. Hier im Yogaraum finden unsere Teilnehmer schon mit dem Eintreten in den Hof Ruhe und Entspannung. Die Realisierung des Projekts hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Jetzt sind die fünf Wohnungen bewohnt. Der Yogaraum ist in Nutzung. Und ich bin froh, dass mit der tatkräftigen Unterstützung der MVB das Ganze möglich wurde. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.